Sie nimmt das alles, das ganze Wunder der Natur, der Schöpfung, nimmt sie als selbstverständlich. Darum kann sie Atombomben bauen. Darum kann sie Atombomben bauen. Das ganze, das ganze Wunder der Schöpfung ist bis zum Foto aus der Stelle. Was sie sonst auf der Stelle? Ja. Sie werden auch wiederum baut, Sie macht Abbaus��ger. Die Schöpfung, die Schöpfung, die Schöpfung, die Schöpfung haben. Sie werden uns die Schöpfung im Hintergrund abảmbar. Von der Schöpfung, der Schöpfung erneut auf der Schöpfung für den Schöpfung. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.